Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, liebe Touristen und Touristinnen, warum sind hier auf einmal Menschen auf der Fahrbahn? Was soll das denn? Ja, das ist eine Demonstration. Wir gehen gerade auf die anderen Spreeufer. Dort findet heute ein großer Kongress statt von Deutschlands größter Immobilien-Lobbyistentruppe. Die trifft sich dort mit den Größen der Politik und will weiter daran arbeiten, möglichst viel aus den Mietern und Mieterinnen und aus Grund und Boden heraus zu pressen, sich daran zu bereichern. Okay, das ist halt eine Aufgabe im Kapitalismus. Wer will ihnen das vorwerfen? Also irgendwie tue ich es schon. Ich muss ganz ehrlich sein. Wir haben auf jeden Fall die Straße voll. Wir sind auf der anderen Seite. Wir wollen, dass die Mieten wieder sinken. Wir wollen im Grunde gar keine Miete zahlen. Deswegen sind wir auf der Straße. Und wir sind laut. Antikapitalismus. 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 A, A, Anti, Anti-Capital.